Servus Erdnuss, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wollen wir uns nochmal widmen den Conduit Upgrades. Blizzard hat dazu nämlich nochmal eine Klarstellung veröffentlicht und es geht konkret um die beiden zwei Items aus Quartier, die ihr bekommen könnt. Zum einen ist das ein Random Driver in Quartier, diese Sichel, wo ihr Items und Conduits auf bis zu Item Level 226 upgraden könnt. Es gibt aber auch ein Item, das könnt ihr in Quartier kaufen, für katalogisierte Forschung, das Conduits auf bis zu 252 auslevelt. Und dasselbe kann nochmal droppen, dieser Schad im Adamantgewölbe in Torgas. Und dazu hat Blizzard jetzt ein paar Sachen oder Fragen von Spielern geantwortet und ich möchte euch das Ganze nochmal mitteilen, damit es keine Missverständnisse gibt. Also zuerst einmal wurde gefragt, wie denn das Ganze jetzt nochmal genau funktioniert. Also wichtig, ihr müsst in dem Speck sein, in dem ihr den Conduit aufwerten wollt. So, angenommen bei mir sind es jetzt die Eulensachen und dazu zählen auch, das betont Blizzard, Paktspezifische. Und ich gehe daher davon aus, das werden auch diese sein, wo nichts dran steht. Ähm, und diese Finesse-Medien, die sind ja für jeden Speck, nicht nur jetzt für Eule in meinem Fall. Also würde bedeuten, alles, wo ich jetzt als Eule gern profitieren würde, wären die, wo Gleichgewicht dran steht und die Dinger, wo kein Zeichen dran ist. Weil das sind eben diese Paktspezifischen oder Unspezifischen, die für jeden Speck in Ordnung sind. Ähm, also aus denen wird dann die Wahl getroffen. Wenn man sich aber anguckt, was dann trotzdem noch alles rausfliegt aus der Verlosung, bin ich damit schon mal ganz froh. Also, wichtig ebenfalls, und das ist jetzt, das kommt nicht von Blizzard oder so, sondern von mir, wenn ihr dieses 252-Item habt, aber ihr habt noch welche auf 213, so wie ich hier, setzt das Ding nicht ein. Versucht, erst auf Quartier diese 226-Items zu bekommen, äh, und damit diese fehlenden noch auf 226 zu bringen, weil ansonsten, ähm, mit dem Item, ihr levelt das nicht direkt auf 252. Es wird immer ein bisschen aufgestuft, aber ihr hättet dann quasi ein Item verschenkt, was euch höhere Itemlevel ermöglicht hätte, für ein Conduit, das ihr auch mit einem, ähm, weniger guten Item hättet upgraden können. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ähm, dazu, wenn ihr dann die anderen Sachen aufwerten wollt, müsst ihr euren Speck wechseln und dann das entsprechende Item benutzen. So funktioniert das Ganze dann. Ähm, wenn ihr alle Conduits eures Specks upgradeet habt, werden die Items nicht mehr benutzbar und ihr müsst danach umspecken. That's the trick about it. Dann wurde noch gefragt, ähm, um diesen Splitter zu bekommen, mit dem man auf 252 aufwerten muss, muss man ja ins Alamant-Gewölbe, in Torgast. Da wurde jetzt gefragt, wie es da aussieht. Erhöht sich die Drop-Chance? Wie schwierig hat das Torgast-Layer? Da hat Blizzard gesagt, ja. Also auf Layer 12 ist die Drop-Chance zum Abschluss davon am höchsten. Und sie stellten auch nochmal sicher, ähm, nur einmal pro Woche kann das Ding droppen. Also wenn ihr es beim ersten Run nicht bekommen habt, dann werdet ihr es für diese Woche auch nicht mehr bekommen. Das dient ein bisschen dem Zweck, ähm, einfach damit dieser Splitter nicht tot gefarmt werden kann. Sagen wir es mal so. Also ich hoffe, ich konnte euch dann damit ein bisschen helfen, ähm, nochmal ein bisschen Unklarheiten ausbügeln. Wenn ihr noch Fragen zu der ganz Geschichte habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Like, Abo, Glocke dalassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Reingehauen! Bis zum nächsten Mal.